mit dem kodex der magie ist der erste kodex band erschienen es gibt endlich bessere bilder von den würfel und chipsets es gibt jede menge weitere miniaturen auch in großer form es gibt ein kleines update zur org es gibt ein paar infos zur roadmap es gibt eine neuauflage von einem beta abenteuer die winterwacht naht und aus der wüste gibt es ebenfalls was neues das alles und viel mehr jetzt in den dsa nachrichten in zwei 20 minuten deiner nachrichtensendung rund um dsa die schwarze katze und aventuria präsentiert von hinter dem schwarzen auge und jetzt viel spaß mit den nachrichten hier zum anfang haben wir leider eine sehr traurige nachricht ina kramer ist tot und zwar ist sie vor anderthalb wochen am freitag vorletzte woche im alter von 74 jahren einem krebsleiden verstorben und ja wer da einen bewegenden nachruf bei vielen und ein schelm schauen möchte der dem sei das video vom kai nahegelegt er berichtet da sehr viel was ina kramer für uns alles getan hat kommen wir jetzt zu den neuerscheinungen ja der kodex der magie ist erschienen am 26 januar zum preis von 59 95 damit der erste band aus der kodexreihe die würfel und schicksalspunkte sets sind erschienen und zwar für boron hier sieht man jetzt auch mal die würfel die chips und das regelheftchen und hier die einzelnen würfel jeweils 1w20 und 2w6 und dasselbe auch für hisinde ebenfalls am 26 ersten erschienen beide kosten 14 95 auch hier 2w6 1w20 drei chips und ein kleines regelheftchen dann ist ebenfalls erschienen der abenteuer schuber der neutrale den man mit 6 64 seitenbändern gut bestücken kann wenn man stopft wohl auch noch einer mehr oder zumindest etwas dickere bände ebenfalls im januar erschienen kostet 24 95 dann haben wir mehr als 1000 oga aus der aus dieser 2 ein weiterer band der remaster der reihe also kaiser retros größte abenteuer zum preis von 12 95 jetzt erhältlich dann haben wir den mini icap rasorak das ist so die 32 mm figur zum preis von 7 95 hier auch noch mal dann in originaler größe zu sehen und das ganze oder den ganzen gibt es dann auch noch mal in groß das ist so in etwa eine 20 zentimeter figur die kostet 39 95 für alle produkte gilt hinter minus dsa punkt de schrägstrich produkte da findet ihr alle informationen zu den ganzen produkten und auch den galotta gibt es jetzt in 20 zentimetern hier mal im vergleich zum kleinen eicker auch der kostet 39 95 wiederhältlich ist außerdem der stempel punin seit mitte januar zum preis von 15 50 und auch neues gibt es von faun vivitti die studierstube der gild magie ist nämlich jetzt geupdatet worden am 30 januar und ebenso aventurische magie 1 2 und 3 und werkstatt des meisters das ist jetzt alles auf dem stand von dem grimmorum canciones das heißt alle änderungen sind dort eingearbeitet worden dann haben wir auch neues von godikon der götteranhänger boron aus dem messing ist inzwischen nämlich erschienen zum preis von 19 99 ebenso der satuarie anhänger in der third edition am ende januar von 1999 und die hexische frierscheibe mit optimierter grafik in der second edition im februar erschienen zum preis von 43 99 allerdings auch inzwischen ausverkauft dann ist der 18. teil der winterzeit hörspiele erschienen marbus gnade heißt er dass der abschluss der dritten staffel kostet regulär 8 99 am 23 ersten erschienen und laut kai von fjelden an der schelm gibt es auch demnächst dann eine vierte staffel wer die bisherigen westfalia miniaturen aus resi noch nicht seinen eigenen kann der hat jetzt die chance die bei wormforge zu bestellen ist allerdings in amerika die kosten da ab 8 dollar das stück und sind da jetzt alle von den beiden crowdfundings dort erhältlich dann gab es am wochenende eine con die bavaria con nummer vier in münchen da war auch ulysses vor ort vielleicht war ja jemand von euch vor ort und kann berichten wie es war das zu den neuen produkten jetzt ein bisschen neues von hinter dem schwarzen auge und zwar hatten wir den 19 dsa fan talk anfang februar wo adrian der robot vom dsa sammlerarchiv und david frugier de pontlevard mit uns über all das gesprochen haben was für dsa dieses jahr erscheint erscheinen wird und erscheinen könnte leider nicht dabei war der vt tom der kurzzeitig erkrankt war ja und mit unseren gästen haben wir gesprochen unter über die orrc über die kommende org kampagne wir haben über das raya crowdfunding gesprochen über brems tier leben dazu gleich noch mal mehr wir haben gesprochen über aventuria über dsk über computerspieler für dsk und für für dsa wir haben über das wüstenreich gesprochen über goblins im zuge der bornland spielhilfe über die filiason romane wir haben gesprochen über drachen aus klembau stein über jede menge miniaturen über merchandise wie zum beispiel socken und co es war ein cooles gespräch schaut auf jeden fall mal rein ist in fünf teilen auf youtube erschienen und und für meinen geschmack hat es noch alles ein paar wenig klicks also da geht noch mehr wenn euch also auf den aktuellen stand bringen lassen wollt was dieses ja alles so passiert schaut da unbedingt mal rein und schaut natürlich regelmäßig die dsa nachrichten in zwei bis 20 minuten ist ja klar dann geht es weiter mit aventuria wir haben unter dem nordlicht fertig gespielt und turbold hat einen neuen vierbeinigen freund gewonnen dann wird jetzt am donnerstag glaube ich lade ich so der schwarze keiler dungeon stufe 1 erscheinen mit der alpha kampagne und dann geht es morgen am dienstag auch schon weiter um 19.30 mitte der beta kampagne und im abenteuer perlenräuber und nächste woche montag am 27 dann um 20 uhr die zweite dungeon stufe vom wirzhaus zum schwarzen keiler und wie immer live auf twitch oder dann nachher die aufzeichnung auf youtube dann habe ich den aventuria guide komplett überarbeitet das heißt wer sie informieren will was aventuria ist wie man da spielt welche spielmodi es gibt welche module man dafür braucht je nach spielmodus den man spielt wenn man wissen will welches zubehörs da gibt und was man braucht wie man am besten seine karten sortiert und natürlich welche module es wo günstig zu kaufen gibt der schaue sich gerne mal meinen neuen aventuria guide an außerdem habe ich für die beiden eben genannten kampagnen jeweils eine kampagnen seite gebastelt wo man sich zum einen die helden anschauen kann aber auch die ganzen videos wird es dort zu sehen geben das heißt wer die kampagne verfolgen will der hat jetzt auch auf der seite die möglichkeit dazu kommen wir jetzt zur produktvorschau wie ich in meinem special ja schon in so acht minuten erklärt habe was damit auf sich hat dsa 1 bis 5 zumindest soweit möglich und die schwarze katze werden künftig unter der open rpg creative license veröffentlicht das ist ja die antwort die paizo auf die dungeons and dragons ja auf wäre nenne ich es mal wizards of the coast ist da zwar inzwischen eingelenkt und hat ja alles zurückgerufen die ogl bleibt doch bestehen aber man weiß nicht was die zukunft bringt und paizo und ulysses machen da auf jeden fall weiter das heißt irgendwann in diesem jahr wird es dann die orc geben und die ganzen genannten reihen werden dann da drunter laufen zumindest was die regeln angeht der fluff also die ip selbst ist davon dann nicht betroffen wenn es dazu was neues gibt erfahrt ihr es natürlich hier bei mir in den dsa nachrichten dann wird es jetzt im april also nicht februar oder märz aber im april die dsa roadmap geben und zwar als event das wird nicht der erste april wahrscheinlich der elfte wenn es auch ein dienstag wie die redax redax insights ist genau und da wird dann vorgestellt was so die nächsten monate alles auf der roadmap steht was erscheinen wird für dsa und was man arbeitet und das in einem deutlich größeren umfang als das bisher so bekannt gegeben wurde also seid gespannt alles was es dort neu gibt wenn ich live dabei sei erfahrt ihr natürlich hier bei mir außerdem sollen diese woche noch jetzt dann endlich das dsa regel wiki 2.0 und auch die schwarze katze dass die schwarze katze regel wiki an den start gehen das sollte eigentlich vorletzte woche schon passieren aber wegen der großen krankheitswelle bei ulysses hat sich das ein bisschen verschoben dann kommen wir zum 29. welle im collectors club die januarwelle die ist jetzt beendet seit dem 5. februar mit dabei waren ja unter anderem das acrylmarker sets orcs also hauer und schwarzer pelz für diese einzig göttin der amazon die stoffkarte das wüstenreich das rastula war der mekum und da werfen wir jetzt mal einen blick hinein erstmal in einen blogbeitrag wo nochmal ein bisschen beschrieben wird was es damit auf sich hat was dort enthalten ist aber wir haben natürlich auch das pdf hier und werfen da mal einen ganz kurzen blick hinein das inhaltsverzeichnis könnt ihr hier kurz sehen von der ersten offenbarung bis zu den wichtigsten der 99 gesetze es sind nicht alle drin aber es sind schon einige drin von annie dühr und david lucassen geschrieben und ja ich scroll jetzt nur mal ganz schnell durch damit wir mal das ein oder andere bild sehen denn tukala hat da wieder volle arbeit geleistet aber ich will jetzt natürlich auch nicht alles spoilern und dann haben wir hier mal einen auszug aus den 99 gesetzen außerdem mit dabei in der welle sind prajos das schicksal und verdammnis set also auch wieder drei würfel drei chips das gleiche was wir eben aber in den anderen gottheiten auch schon hatten so sehen die preiswürfel aus und auch für pareine hatten wir das erscheint beides jetzt ende februar zum preis von 14,95 bei pareine sind es dann entsprechend grüne würfel außerdem dabei ist der razzazon mini wenn man es so nennen kann denn er wird bestimmt auch über 20 cm groß obwohl er natürlich dann zu den minifiguren passt wird dann im märz erscheinen und auch 39,95 kosten und hier gibt es tatsächlich erste eindrücke wie der drache so aussehen könnte die flügel sind hier noch ein bisschen zu ganz aber das hat sich inzwischen wohl auch schon geändert und ja man kann hier schon erahnen dass er so ein bisschen von den motten zerfressen wurde der gute lassen wir uns überraschen dann haben wir das zweite fotenwerk aus fernen ländern was ja auch nur als pdf erscheint ebenfalls im märz zum preis von 1,99 im f-shop ist es erhältlich und auch hier haben wir das pdf und werfen da mal einen blick rein es ist ein kurzes szenario mit ablauf des szenarios und ja ihr seht schon es geht so ein bisschen um zirkus auch hier will ich nicht viel spoilern deswegen nur mal ganz kurz ein bisschen durchgescrollt und hier könnt ihr nochmal das hintere deckblatt lesen wir bleiben beim collectors club kommen zur 30. welle die ist nämlich am 10 februar gestartet läuft noch bis zum 12.3 und beinhaltet den kodex des schwertes der wird dann im mai erscheinen zum preis von 59,95 und enthält so den profanen inhalt aus grund regelwerk und natürlich den beiden kompendien das heißt alles was mit kampf und talenten und so weiter zu tun hat was nicht mit drin sein wird da hatte man ja extra redax insight nachgefragt was gewollt ist und da hatten sich die meisten fans wogegen ausgesprochen sind die anwendungsgebiet beschreibungen also diese ausführlichen gedoppelten beschreibungen die dann in den kompendien nochmal zu den ganzen talenten aufgeführt waren das wird also in dem umfang nicht drin sein dadurch spart man sich natürlich ein paar seiten und das wirkt sich dann entsprechend auch nicht auf den preis aus und dann haben wir noch das tal des todes der ein oder andere wird es schon kennen und zwar war das eins der beta abenteuer von dsa 5 das letzte von den dreien was bisher noch nicht wieder veröffentlicht wurde jetzt kommt es als 64 seiter wird dann ebenfalls im mai erscheinen zum preis von 19,95 ist so ein bisschen palpig und ja er ändert so ein bisschen an diana jones und tempel und also was dann wird ebenfalls neu erscheinen auf ins abenteuer triadenholz das ist das auf ins abenteuer zu den streitenden königreichen wird ebenfalls dann im mai erscheinen zum preis von 19,95 auf ins abenteuer ist ja immer etwa 16 seiten also heldenwerk starkes abenteuer und dann noch archetypen aus der region dazu das wird etwa 24 seiten dann umfassen und das werden auch dann heldenbögen das heißt wir haben also 16 seiten abenteuer 24 seiten heldenbögen und das ganze dann eben für die 20 euro dann haben wir auch kaiser retros neuste abenteuer dürfen natürlich nicht fehlen verscheuen in der anfang in der remastered version wird dann am 27 vierten zum preis von 12,95 erscheinen und wir haben auch weitere schicksalverdammnessets nämlich zar wird dann im märz erscheinen zum preis von 14,95 auch hier sieht man würfel und chips natürlich wie sich gehört sehr bunt und wir haben das ganze auch für Chor der erste halbgott ebenfalls im märz für 14,95 und ebenfalls gleicher Inhalt allerdings dann in Chor gefälligem ja durchsichtigem rot dann kommt das nächste Acrylmarkerset nämlich Schuppenkleid und lange Zungen Achatz sind wieder 28 Marker Achatz und anderes Schuppengetier wird dann im April erscheinen zum preis von 14,95 und das war es immer noch nicht mit dem Collectors Club denn auch Romboloche Sohn des Agam in der Miniaturvariante wird jetzt sogar noch im Februar erscheinen also noch bevor die Collectors Club Welle abgeschlossen ist und das ganze auch nochmal in der großen Variante ja der wird sicher keine 20 cm messen aber zumindest größer sein und dann auch für 39,95 erhältlich sein und außerdem gibt es noch ein Fodenwerk nämlich die 0.3 eine Regelerweiterung Reiten und Kutschen auch wie immer nur als PDF erhältlich wird dann im April erscheinen kostet ebenfalls 1,99 und wird wahrscheinlich auch wieder so um die 20 Seiten umfassen ja das ist eigentlich ein No-Brainer wenn man sich für die schwarze Katze interessiert das war es dann mit dem Collectors Club Februar Collectors Club März werden höchstwahrscheinlich das Schicksal und Verdammtes Set Firun enthalten sein hier sieht man schon mal im Aventuria Let's Play wurden die schon eingesetzt hier in der Mitte und auch Ingrim ihr habt sie schon gesehen wurde dort eingesetzt könnte uns dann also auch im März im Collectors Club erwarten und dann im April entsprechend im Shop nicht über den Collectors Club aber jetzt im F-Shop ganz normal bestellbar ist auch Kaiserin Rohaja in der großen Variante für 9,95 und auch Archon Megalon in der großen Variante für 9,95 ebenfalls beide jetzt ab Februar dann erhältlich die werden ja immer erst auf Anforderungen gedruckt die nächste Miniatur steht fest die wird uns dann im Collectors Club im März garantiert beehren das ist Pardona sie hat diese Abstimmung hier gewonnen unter anderem gegen Nahema Torxys Lloydara und ja jetzt mit einem etwas anderen Bild nämlich dem hier links oben ich bin mal gespannt wie sie dann aussehen wird wird dann garantiert wieder 7,95 kosten und im April erscheinen und das Ganze natürlich auch in der großen Variante für 9,95 und wer noch mehr Minis braucht der kann bei Westfalia vorbeischauen dort werden nämlich drei klassische DSA Charaktere in 32mm neu aufgelegt in einer Limited Collectors Edition zwischen wann und zu welchem Preis das weiß ich noch nicht aber es ist auf jeden Fall ALRIG immer da mit dabei auch etwas größer als die aus dem Crowdfunding die ja für 8 Dollar bestellbar ist weil das waren ja nur 28mm Figuren die sind dann auch nochmal einen ganzen Tick detaillierter und ja hier kriegt ihr schon mal einen ersten Eindruck außerdem fehlen von den Ulysses Miniaturen ja noch RACORIO, MUNTAGONUS und ROHAL die müssen ja auch noch in groß erscheinen die gibt es ja bisher nur in klein kommen wir zu den Regelwerken der Kodex des Götterwirkens da wurde jetzt gesagt dass der dieses Jahr auch noch erscheinen soll 2023 wird der dünnste Band könnte deswegen auch etwas günstiger sein ich tippe mal so auf 50 Euro und in der letzten Facebook-Meldung hat Ulysses dann auch den neuen Namen des ja Cremorum Liturgium wie ich es bisher als Arbeitstitel genannt hatte verkündet und der wird nämlich dann Divinarium Liturgia heißen und dann entsprechend alle Liturgien umfassen soll wohl auch dann mit dem Götterwirken zusammen dieses Jahr dann noch erscheinen hier tippe ich auch auf einen ähnlichen Preis wie beim Cremorum wir haben also etwa um die 50 Euro kommen wir zu den Crowdfundings da ist beendet die Crowdfunding Late Pledge Phase von die Gunst der Göttin die lief von Dezember bis Januar und für 199 Euro oder 399 Euro konnte man sich da ein kleines oder großes Paket dann entsprechend noch im Late Pledge sichern was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte habe ich jetzt aber auch in der Produktvorschau noch ergänzt ist die Kappler Chroniken kommt ja als PDF soll übrigens wenn alles so klappt jetzt im Juni erscheinen und ausgeliefert werden wäre damit also noch voll im Plan und ja ich denke das PDF wird dann auch nicht nur den Bäckern sondern wahrscheinlich auch irgendwann im E-Book Shop sprich auf Drive-Thru dann erhältlich sein und es wurden zwei Spielpläne gezeigt aus dem Spielplan-Set das wird es ja auch nur als PDF geben gibt es für die Bäcker mit dazu ich vermute es wird dann auch in Form von irgendeinem Foundry-Modul dann erhältlich sein weil die Spielplan-Sets ja nicht als PDF rauskommen über den E-Book Shop zumindest gewöhnlich wir lassen uns mal überraschen und ja ihr seht schon es ist in Farbe das ist also anders als bei den bisherigen SEPA-Spielplänen so ja und es könnte sein dass weitere Spielpläne dann auch in Farbe kommen außerdem wurde gesagt dass das Lefter in Badamekum schon sehr weit sein soll die Sphärenklänge sind quasi fertig also das wird dann auch bald an die Bäcker rausgehen nach den Kepler-Chroniken die sind wohl die ersten die rausgehen und der Rest wird dann so nach und nach eintrudeln und wenn alles im Juni erscheinen soll dann dürfte das ja auch nicht mehr ewig dauern außerdem wurde ja schon letztes Jahr angekündigt dass auch dieses Jahr immer mal wieder Begleitprodukte noch zur Raja Kampagne kommen sollen auch da können wir uns mal überraschen lassen vom Crowdfunding zum nächsten Crowdfunding nämlich zu die Winterwacht ja was ist die Winterwacht ähm hieß bisher noch die Marshallslande das Bornland und das Überwalls jetzt heißt es die Winterwacht das Bornland und die Walberge einfach weil Ulysses der Meinung war dass ich unter die Marshallslande ähm alle die nicht direkt aus dem äh aus der DSA-Bar bekommen wenig vorstellen können und die Winterwacht fanden sie einfach einen sprechenderen Titel das Crowdfunding ist inzwischen bekannt auch über den YouTube Teaser aus dem dieses Bild hier kommt ähm dass es im Mai dann wohl starten wird so wurde es dann auch im Redax Insight verkündet was bisher noch nicht an Produkten bekannt war das soll wieder ein Heldenwerk Format geben das Dorf der Verfluchten oder Verdammten da war sich der Alex nicht ganz sicher und ich vermute das könnte das auf ins Abenteuer dann vom Bornland sprich von der Winterwacht werden was ebenfalls verkündet wurde ist das Blaues Licht der Roman von Daniela Knorr neu aufgelegt wird im Rahmen des Crowdfundings ja und wir hoffen mal dass das alles dann auch dieses Jahr vielleicht noch erscheinen wird und wir zwei Regionalspiele in diesem Jahr haben werden außerdem soll es ja um Goblins gehen da jetzt die Orks und die Achards schon Acrylmarker Sets bekommen haben gehe ich stark davon aus dass auch für die Goblins dann ein Acrylmarker Kassett ältig sein wird wir gehen weg von den Crowdfundings bleiben aber bei den Regionalspielhilfen und zwar wechseln wir ins Wüstenreich und da wurde in der im Redax Insight verkündet es wird noch eine Abenteuer Anthologie kommen Zukunft im Sand wird die heißen enthält Neuauflage von Andi Dürs gleichnamigen Abenteuer Zukunft im Sand das war ein Prequel zu Die Königin der Tränen außerdem ein Abenteuer zu Asche und Staub und Kind zwei Welten wird das dritte Abenteuer heißen wird im Juni erscheinen zum Preis von 19,95 dann höchstwahrscheinlich und es wird wurde auch noch gesagt dass das Spielplan Z hier ebenfalls in Farbe kommen soll das heißt das ist dann das erste gedruckte was in Farbe kommen wird und keine Sepia Pläne mehr enthält außerdem wurde noch gesagt dass auch zum Wüstenreich noch das ein oder andere erscheinen soll unter anderem mit angekündigt ein Notizbuch das wird dann auch im Juni erscheinen und noch ein paar Sachen die dann wahrscheinlich spätestens im April mit verkündet werden dann hatten wir einen Teaser im Aventurischen Boten da war nämlich ein Ingame Beitrag da ging es darum dass ein Zoologie Band geschrieben werden soll was wir auch schon im Fan Talk diskutiert hatten durchaus ein Hinweis sein könnte dass hier ein Ingame Buch kommt und ja vielleicht Primmstierleben sein wird das wird wenn dann wahrscheinlich im Band so Stile von 1x1 der Kräuterkunde deswegen habe ich hier das Bild auch eingeblendet viel mehr wissen wir noch nicht aber vielleicht erfahren wir da auch im April mehr dann Schuppenkleid und Lange Zunge Achatz wir hatten es eben schon bei den Acrylmarkern genannt soll jetzt auch dann im Februar zum Preis von 1995 final erscheinen das hatte sich ja nochmal im Monat verschoben ebenfalls vorbestellbar ist der Aventurische Bote 217 und das Heldenberg 46 in Stein gemeißelt die ganzen Abonnenten haben es schon bekommen und ja jetzt zum Ende des Monats wird es dann auch für alle anderen erscheinen und vorbestellbar ist inzwischen auch die Filiosan Saga 12 König der Meere die wird ja im September erscheinen schaut auch gerne unter hinter minus dsa.de schräg durch Vorschau vorbei wenn ihr es zum Beispiel bei Thalia oder Amazon bestellt dann gerne über unseren Link von Metal Motte kommen neue Zierkissen Nandus Nurti Zerzal und Rastula die werden etwa Ende Februar dann ausgeliefert kann man aktuell vorbestellen werden jeweils 30,95 kosten und das ist dann eine Kissenhülle ohne Inhalt also so eine Zierkissenhülle Kommen wir zu Aventuria und da wird es das Stories and Legends Crowdfunding geben das englische Crowdfunding zu Mythen und Legenden das startet jetzt am 22. Februar also diese Woche Mittwoch und ja lassen wir uns überraschen wie das so ankommen wird es wurde ja schon angekündigt es gab ja diese Umfrage ob man lieber weiter in Europa produziert zu einem 3 oder 4 mal so hohen Preis oder dann doch nach China wechselt und ja in etwa die Kosten hält und dann aber gegebenenfalls Qualitätsunterschiede hat auch wenn man natürlich versucht hat jemanden zu finden der es annähernd so machen kann wie bisher die Qualität war ja lassen wir uns da mal überraschen aber es gibt auch Neues zum deutschen Crowdfunding das deutsche Crowdfunding soll nämlich in der zweiten Jahreshälfte starten das hat der Markus Plötz in Markus mal wieder allein zu Hause erzählt und es wird ein Schelmen und Schelm-Helden-Set enthalten und hier seht ihr schon mal erste Aktionskarten und hier die beiden Heldenkarten von der Schelmen respektive dem Schelm und den Schelm streichen und ihr seht man wird hier Narrenkappen sammeln können um entsprechende Effekte auszulösen wann es erscheint hängt natürlich davon ab wann das Crowdfunding startet und der Preis von 1995 vermute fast dass der nicht zu halten sein wird weil wie gesagt es wird da gerade bei den Karten alles extrem viel teurer ja hoffen wir mal dass es nicht mehr als 25 Euro oder so wird da ist aber noch nichts bekannt dann haben wir ja das Pfotenwerk Nummer 1 für die schwarze Karte sein Fest in Fasar das sollte im Januar erscheinen wird jetzt Ende Februar erscheinen kostet wie gesagt 1,99 und bei die schwarze Katze gab es ja auch noch ein Crowdfunding nämlich schleichender Verfall das lief von Mitte Januar bis Anfang Februar ich hoffe ihr habt meinen Guide gesehen den ich ja zur Verfügung gestellt habe und inzwischen ist das Crowdfunding dann durchgelaufen der Late Pledge ist gestartet dort gibt es noch den Ollen Dachs oder den Ollen Otter für 129 beziehungsweise 279 Euro die ganze Late Pledge Phase läuft vom 13. Februar bis 12. März also wer da noch nicht zugeschlagen hat und in die schwarze Katze Welt eintauchen und Otter Murmeltiere und so weiter spielen möchte der hat jetzt die Gelegenheit oder auch einfach Katzen in Donnerbach das geht natürlich auch weiterhin mit dabei ist Donnerbach Schleichender Verfall zum Preis von 44,95 wird er dann wohl erscheinen soll übrigens dann alles im Juli erscheinen das haben uns die Late Pledge Produkte verraten nachdem es vorher noch ich glaube Sommer hieß das ganze haben wir noch in der Zartcover Variante für 74,95 jenseits des Wasserfalls das ist so der Umgebungsband oder Ergänzungsband zum Regionalband für 17,95 das Bestiarium Schleichender Verfall für 17,95 da haben wir hier auch das schicke Cover von Nadine Schäkel und Sandra Braun wir haben das Compendium Donnerbach das wurde freigeschaltet wird 14,95 kosten Aphasmas Boten das ist die Abenteuer Anthologie für 17,95 wir haben Spurlos verschwunden natürlich Carolina Möbis Hellenberg Hörst du bitte auf da unten der Ralf Kurzsiefer hat die Klänge von Donnerbach beigesteuert für 19,95 es wird ebenfalls für 19,95 zwei Stoffkarten geben von Donnerbach und von den Salamandersteinen und das ganze kann man natürlich auch in eine Sammelbox stecken die wird das leer für 35 Euro geben beziehungsweise gab es ein Crowdfunding ich weiß nicht, ob die dann nachher im Shop auch noch verfügbar sein wird in der Regel sind es dann ja noch ein paar Restexemplare und auch für VWTT wird es die schwarze Katze geben nämlich Fasarbrüchiger Frieden wird umgesetzt und auch das Bestiarium ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob das normale Bestiarium oder Fasar oder beide da lassen wir uns mal überraschen und dann haben wir noch einen kleinen Con-Überblick die Ilaris Online Con wird jetzt am Wochenende, am 25.02. wie gesagt online stattfinden und dann gibt es eine Ulysses Con-Tour da schauen wir jetzt mal gerade in den Blog rein und zwar haben wir da diese Termine wo Ulysses vor Ort sein wird die Bavaria Con hat man schon genannt am 18.02. in München die 11. Hasberger Spielertage vom 2. bis 5. März in Trossenfurt die Heinz Con am 11. und 12. März in Köln die namenlosen Tage am 24. bis 26. März in Süke bei Bremen die Spiel doch am 28. bis 30. April in Dortmund die Collectors Club Convention am 20. Mai in Wald-Ems die Spiel doch am Bodensee vom 2. bis 4.6. in Friedrichshafen die Feen Con vom 17. bis 18.6. in Bonn-Boll die Berlin Brettspiel Con vom 14. bis 16. Juli in Berlin das wohl als Berlin Brettspiel Con mit Aussteller Ulysses nicht als Radcon Berlin dann haben wir die Krähenfee am 26. bis 27. August in Krefeld und ihr merkt schon hier fehlt noch die Radcon Limburg da soll noch eine Info zu kommen wie es damit aussieht bisher gibt es da keinen Termin was zumindest skeptisch werden lässt ob es die geben wird dann haben wir die Connichi vom 1. bis 3. September in Wiesbaden die Spiel in Essen vom 5. bis 8. Oktober die Polaris in Hamburg vom 13. bis 15. Oktober die Buchmesse Con vom 21.10. in Dreieich und die Dreieich Con vom 18. bis 19. November in Dreieich die Spielemesse Stuttgart vom 23. bis 26. November und die Stuttgart Comic Con vom 9. bis 10. Dezember das ist so der aktuelle Con-Plan von Ulysses für dieses Jahr und dann haben wir noch News aus Italien es gibt nämlich neue Produkte für Unos Guardo nel Buio und was das kostet und wann die kommen ich habe keine Ahnung aber dieses Foto wurde gepostet von denen und ihr seht die verschiedenen hellen Werke und Booten werden da umgesetzt der Boot hat sogar Farbe da haben sie uns was voraus dann kommen wir abschließend noch zum DSA Wetter und ja, ich hatte es schon gesagt jetzt am Mittwoch startet das englische Crowdfunding zu Mutical Stories wir haben natürlich die Februar Releases mit dem Codex der Helden der kommt jetzt raus Ex Purigico von Aramciai kommt raus der Achatz Band kommt raus die Würfel und Schicksalspunkte Sets von Praios und Perraine kommen Staub und Sterne in der Remastered Version kommt dann kommt Arombolosch in klein und in groß wir haben Rohaja und Archon Megalon der Boote und das Heldenwerk in Stein gemeißelt kommen die Deluxe Katzendokumente die sie ein bisschen verzögert hatten kommen ebenso wie das etwas verzögerte ein Fest in Fasar das Regel-Wiki soll jetzt wie gesagt diese Woche wenn alles klappt auf die Version 2.0 gehen was auch immer das dann heißt und das DSK Regel-Wiki war auch mit angekündigt dann haben wir die Ilaris Con am Wochenende am 25. und dann bei Metal Motte jetzt gegen Monatsende auch noch Swafnir Banner, die ganzen Zierkissen zig verschiedene Socken ich hatte sie alle schon vorgestellt mindestens mal im Fan-Talk ich bin mir grad gar nicht sicher ob in den Nachrichten aber es gibt zu allen verschiedenen Göttern Socken in allen verschiedenen Farben das Geheimnis der Zauberspieler für VWTT müsste auch demnächst dann jetzt erscheinen das steht ja noch aus vom Rohals Erben Crowdfunding und ich hatte es eben gesagt da ich nicht weiß wann die nächsten Nachrichten kommen am 2. bis 5. März dann die 11. Hasberger Spieletage ja das war wieder eine etwas längere Ausgabe von den DSA Nachrichten ich hoffe es war informativ ihr habt viel Neues erfahren schaut auch gerne nochmal in die Fan-Talks in die Fan-Talk Aufzeichnungen vorbei da haben wir ja auch dann ausführlicher bei verschiedensten Produkten geredet auf was freust du dich am meisten schreib es gerne unten in die Kommentare oder schreib auch sonst gerne alles mögliche in die Kommentare ich freue mich über alles und gebt einen Daumen hoch auf YouTube liked uns abonniert uns wenn ihr uns als Podcast hört und schaut gerne mal auf der neuen Homepage vorbei die ist zwar immer noch nicht fertig aber sie wächst es gibt immer mehr Bestandteile wie Aventuria-Guide eine Seite zur Unterstützung und Co. es lohnt sich auf jeden Fall jetzt schon mal da vorbeizugucken es sei denn du surfst vielleicht mobil da ist die Seite noch nicht optimiert das sage ich noch dazu das kommt aber auch noch und ich sage auch nochmal Bescheid wenn alles soweit fertig ist ja das war es mit den DSA Nachrichten ich hoffe du hattest Spaß und sage eine schöne Woche bis dahin dein und euer Gernot Ciao Ciao vielen Dank auch meinen Co-Host und Co-Mart Adrian an die Graf Unterstützung durch Eloquent Erlenfold die Vorbereitung zur Stützung durch Munix und der Geltawa unsere Patrone die Unsterblichen Munix und Dennis die Göttlichen Albrex und Benjamin Barr den Allwissenden Kirill die Wissenden Meister F Tengill und Jaime die Halbwissenden Gwinder und Fuchsi Asatou und Frogfencing die Neugierigen Scootus Paligan Klimtrox und ganz neue Tama vielen Dank sowie alle unsere Twitch Abonnenten und alle die über unsere Partnershops einkaufen vielen Dank ihr macht das möglich gener used auf nämlich so so